Na, da sind sie wieder. Was passiert wohl, wenn ich jetzt meine Tür aufmache und einfach da drin hocke und Visiere an Visiere? Ich mach das jetzt mal. Mach mal. Erstmal hinknien. Ich hör sie. Aber meine Vordertür ist zu, von daher weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich hör sie. Na los, kommt die Schweinebacken. Da ist einer. Ach ja, du musst jetzt genau hinter den Baum verschwinden. Erledigt. Ich hab ihn erwischt. Hammer. Da ist der Zweite. Der sich jetzt hinter einem Baum verschanzt. Und da ist das Zweite Schweinchen auch weg. Ich hab ne neue Taktik gefunden. Hewis. Und ich weiß nicht, ob ich's bis in die Kirche schaffe. Du bist jetzt aber nicht vor meinen Hütten, oder? Nein, nein. Weil, da ist nämlich das fünfte Schweinchen. Na, wo bist du? Ah, nein, ey! Du bist jetzt aber nicht erwischt worden. Ich bin erwischt worden. Ich bin ohnmächtig. Lieg in meiner Hütte vermutlich. Ja, was heißt vermutlich? Klar lieg ich in meiner Hütte. Die jetzt sperrangelweit auf ist. Nein, nein, nein. Es ist die Tür vorne zu. Es ist nur die... meine Tür offen. Okay. Okay. Scheiße, Alter. Ich würde ja schon gern zumindest eine primäre Waffe finden. Oh, das ist meine... Er ist halb runter, meine Sanduhr. Hat hier gerade jemand auf mich geschossen? Ach, Nummer Achenne... Also, das könnte ich schon überleben jetzt. Na, so viel sind ja gar nicht in Ordnung. Los jetzt! Tür zu. Habe ich die Tür zugekriegt? Ja. Okay. Dann mache ich jetzt erst mal Schlafen gehen. Scheiße! Vielleicht hätte ich mich erst mal verbinden sollen. Ich hätte es schlafen. Nein! Mach hin! Oh, schlaf nicht so viel. Vielleicht habe ich auch Glück und danach ist mein Blutstropfen wieder voll. Ja, weil ich schlafe ja auch auffüllt. Ja. Trotzdem muss ich mich verbinden. So, und der Typ ist natürlich immer noch hier, ne? Der rennt hier immer... Genau, der rennt hier immer noch. Oh, das ist halt direkt vor meiner Tür. Na, los, komm. Ein Schuss noch. Wo ist er denn? Der war eben direkt vor meiner Tür und jetzt ist er weg. Das dürfte ja denn der Letzte sein, oder? Wenn du die anderen wirklich erwischt hast, dann ja. Ich habe vier Kills. Kannst ja gucken. Na, dann glaube ich es ja. Dann würde ich nämlich auch gleich wiederkommen. Ich habe keine Primärwaffe gefunden. Jetzt kommt er wieder. Ich würde ja sogar eine Wünsche oder sowas nehmen, aber nichts. Ich mache hier extra Krach, damit der mich... Der ist hier. Ich höre ihn doch. Bewegt er sich wieder? Du komm schon. Na, los, komm. Zeig dich. Der ist echt... Der ist... Der kriecht hier vor meiner Hätte lang. Warte, ich habe ihn wohl getroffen, weil er sagt immer so Sachen wie Shit. Okay. Jetzt habe ich ihn gleich. Habe ich ihn jetzt? Nein. Scheiße. Ist zwar irgendwie mies. So ein bisschen, ja. Den hier aus der Hütte Maas zu nehmen, aber... Du brauchst nicht glauben, dass ich hier irgendeine große Waffe finde. Ja, schon eine, aber ohne Munition. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich da jetzt mit einer... Mit einem Revolver gestürmt komme. Oder ich versuche halt wirklich mal... Das war ein Leiche, ich meine, wenn der dabei hier rum... Das war ich. Das ist meine Leiche. Ja, ja. Ich habe nichts gehört. Dann müsste ich jetzt zumindest in Ruhe meine Leiche noch looten können. Erledigt. Nach mal. Ich habe den fünften auch erledigt. So, damit müsste die Mission... Ist einer noch online? Nachdem er mir das mal schnell sagen könnte. Äh, nee, die kennen wir nicht. Scheiße. Na, ich kann ja mal... Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich meine, ob ich jetzt noch mal 500 Punkte... Gut, dann, dann... Genau, komm mal her. Nee, zu dem Auto da. Ach so, ja genau, richtig. Und wenn... Dann sag mal Bescheid. Ja. Jedenfalls laut. Lautdings habe ich Fünfe getroffen und es waren doch wohl immer Fünf, ne? Soweit ich weiß, ja. Dann sag mal Bescheid, wenn du da bist, dann komme ich nämlich runter. Ja, ich laufe schon die Straße lang, aber ich bin noch nicht im Auto. Ich gebe zu, ist eine miese Taktik, aber... Das hat funktioniert irgendwie. Mhm. Weil die haben immer die Schüsse gehört, sind dann halt immer nur um die Häuser rumgeschlichen. Mhm. Und ich habe mich dann halt immer nur... Also ich habe das Haus verschlossen gehabt und habe immer nur die innere Tür aufgemacht. Mhm. Und die können dich dann zwar auch treffen. Kann es sein, der war jetzt nicht da. Doch, doch, doch. Also ich sehe hier diesen Fake-Bus. Bisschen weiter unten. Nee, der ist ja da vorne noch. Okay. So, dann kann ich mir schon mal gucken... Achso, ja, dann sag mal, ob da Rucksäcke drin sind oder ob ich einen mitnehmen muss. Ja, Moment. Ich sehe dich rennen. Mhm. Ist die Kiste da? Ja. Okay. Dann sag mal. Da ist nur ein Assault-Pack drin. Na reicht der. Ja. Dann komm mal runter und hol die einen. Ja. Ach, warte mal. Entsperren muss ich ja noch. Ja. Es lohnt sich ja überhaupt nicht. Ich sage ja, die Mission hat einen echten miesen Loot. Faviander-Schablonen, was sind das? Schablonen, ne? Um irgendwie ein Heli zu besprühen oder ein Auto oder sowas. Ja, als Waffe war nur drin ne SA-58-CCO. Jetzt nicht wirklich der Hammer. Nö. Na, warte, ich gucke mal. Ey, das war echt, das war jetzt echt irgendwo witzig. Ja, ich überlege nicht, ob ich schnell mal noch in der Kopa hier reingehe und noch ein paar Punkte machen. Äh, ja müsste man eigentlich, wa? Ja. So, so viele Opfer für so viel mieses Loot. Also das Einzige, was ich reingepackt habe, ist hier diese 35 Rounds PPS, dieses RPK-Magazin und Lee-Enfield-Magazin und VSS. Das hast du reingepackt, VSS, ja? Ja, ja, was ich in der Feuerwache gefunden habe. Genommen habe ich die... Treibstofftankwelle haben wir genug. Taviander, Sabon, Bau und Zement können wir ruhig mal mitnehmen. Die Entfield nehme ich mal ruhig mit. Cola, Bohnen, Teilteile. Ob ich mal gucken soll, ob meine Waffe da oben noch ist? Ja, klar. Ach, das wird jetzt auch wieder dunkel, ne? Ja, ich würde dann sagen... Ja, dann müssen wir das. War jetzt nicht wirklich erfolgreich. Auch wenn ich zum Schluss dann denke ich mal, ist es wahrscheinlich die einzige Taktik, die irgendwie hier Sinn macht. Und ich sage mal, die Mission lohnt auch wegen dem bisschen Loot nicht. Das ist echt Grütze, was du da kriegst. Aber ich hole mir vorher noch meinen... Sag schon, ähm... Ja? Ich fällt schon wieder an die einen. Und mal das, wo ich sehe, wo Missionen sind. PDA. Genau. Und ich habe zum Glück ein paar Punkte gekriegt für die Guards, die ich abgeknallt habe. Ist ja neuerdings so, dass man dafür Punkte kriegt. Zwei Hunden. Wie viele habe ich gekriegt? Nee, 150, wa? Ich glaube 150, nee. 100 pro Guard müssten es gewesen sein. Hm. Na gut. Jetzt aber wirklich. Tschüss. Ja, stattdessen es sowas. Ja.